Teilchen können negative oder positive elektrische Ladung tragen. Bezeichnen wir diese Ladung mit dem Buchstaben Q. Ladung wird in der Einheit Coulomb gemessen und mit C abgekürzt. Teilchen wie die Protonen, aus denen unser Universum aufgebaut ist, tragen eine sehr kleine positive Ladung von nur 10 hoch –19 Coulomb. Das sind 18 Nullen mit einer 1 hinter dem Komma. Das ist eine recht winzige Ladungsmenge für unsere Verhältnisse. Erst wenn wir ganz ganz viele Teilchen nehmen, werden sie in der Summe eine merkbare Menge an Ladung tragen. Damit verschiedene Teilchen nicht durcheinander geraten, packen wir den positiven Teilchenhaufen in eine Schachtel und die negativen Teilchen in eine andere Schachtel. Wir addieren die einzelnen Ladungen Q zusammen und bekommen jeweils eine Gesamtladung Q. In der positiv geladenen Schachtel ist die Gesamtladung positiv und in der negativ geladenen Schachtel ist die Gesamtladung negativ. Unsere entgegensetzte geladenen Schachteln werden sich jetzt anziehen und sich aufeinander zubewegen. Schließlich ziehen sich entgegensetzte Ladungen an. Unsere Schachteln sind eben wie zwei große Ladungen. Wir sagen, sie üben eine elektrische Kraft aufeinander aus. Je mehr Ladungen in den Schachteln ist, desto größer ist die ansehende elektrische Kraft. Machen wir ein Gedankenexperiment. Wir befestigen die beiden Schachteln so, dass sie sich nicht aufeinander zubewegen können. Auf diese Weise bleiben die entgegengesetzten Ladungen getrennt voneinander. Die Ansammlung negativer Ladungen in der einen Schachtel wird Minuspol genannt und die Ansammlung positiver Ladungen in der anderen Schachtel wird Pluspol genannt. Beide Pole ziehen sich an, sie wollen sich aufeinander zubewegen. Das können sie aber nicht tun, weil wir sie jeweils an zwei Orten befestigt haben. Durch die Trennung des Plus- und Minuspols entsteht eine elektrische Spannung zwischen den Polen. Wir bezeichnen die Spannung mit dem Formelzeichen U. Die elektrische Spannung U ist kleiner, wenn wenig positive und negative Ladungen getrennt sind. In diesem Fall ist die Gesamtladung U in den Schachteln klein. Die elektrische Spannung U ist größer, wenn viele positive und negative Ladungen getrennt sind. In diesem Fall ist die Gesamtladung U in den Schachteln groß. Die Spannung entsteht nur dann, wenn positive und negative Ladungen getrennt sind. In unserem Fall sind es zwei voneinander getrennte, geladene Schachteln. Das musst du unbedingt verinnerlichen. Die elektrische Spannung bezieht sich immer auf zwei verschiedene Punkte. Behalt also immer die Frage im Hinterkopf, Spannung zwischen welchen zwei Punkten? Wir können diese Frage so beantworten, zwischen den Punkten, an denen sich die beiden Schachteln befinden. Wenn du also etwas von der Spannung liest oder hörst, denke immer daran, dass es irgendwo positive und negative Ladungen voneinander getrennt werden und es prinzipiell die Möglichkeit besteht, sie aufeinander loszulassen, um einen elektrischen Strom zu erzeugen. Dazu aber etwas später. Bis jetzt hast du nur gelernt, dass Ladungstrennung die Ursache der elektrischen Spannung ist. Lass uns jetzt versuchen zu verstehen, was Spannung physikalisch konkret bedeutet. Damit kannst du dann etwas mit solchen Angaben wie 5V anfangen. Dazu nehmen wir ein kleines positiv geladenes Teilchen mit der Ladung Q. Nennen wir dieses Teilchen eine Testladung. Damit können wir testen, wie groß die Ladungstrennung und damit wie groß die Spannung zwischen den Polen ist. Packen wir die Testladung direkt am Pluspol. Die Testladung wird vom Minuspol angezogen. Sie erfährt eine elektrische Kraft. Diese Kraft bewirkt, dass die Ladung beschleunigt wird. Kurz bevor es auf die negative Schachtel draufprallt, erreicht die Testladung irgendeine bestimmte Geschwindigkeit. Die Ladung hat es die ganze Zeit beschleunigt. Wenn eine Testladung aber eine Geschwindigkeit hat, dann hat sie auch Bewegungsenergie. Die Testladung hat also Energie gewonnen, indem sie vom Pluspol zum Minuspol gewandert ist. Die Testladung hatte am Anfang keine Bewegungsenergie, hat aber durch die Beschleunigung zum negativen Pol Bewegungsenergie erhalten. Nennen wir diese gewonnene Energie W. Die Energie wird in Joule gemessen und die Einheit mit J abgekürzt. Halten wir eine wichtige Erkenntnis fest. Die Ladungstrennung hat zur Folge, dass geladene Teilchen Energie gewinnen, wenn sie die Strecke zwischen dem Pluspol und Minuspol durchlaufen. Wenn wir jetzt diese gewonnene Energie W durch die Ladung Q des Testteilchens teilen, bekommen wir eine Größe, die gewonnene Energie pro Ladung angibt, W durch Q. Und diese Größe, W durch Q, entspricht der elektrischen Spannung U. Übersetzt in Worte sagt diese Formel aus, elektrische Spannung U ist ein Maß dafür, wieviel Energie W ein geladenes Teilchen gewinnen würde, wenn es vom Plus zum Minuspol gewandert ist. Lass uns ein kleines Beispiel machen. Ein Testteilchen mit Q gleich 1 Coulomb fliegt vom Pluspol zum Minuspol und gewinnt dabei, sagen wir mal, 10 Joule an Energie. Die Spannung ist also 10 Joule pro Coulomb. Dabei bezeichnen wir die Einheit Joule pro Coulomb als Volt und kürzen sie mit dem Buchstaben V ab. In diesem Fall sagen wir, zwischen dem Plus- und Minuspol liegt eine Spannung von 10 Volt an. Was passiert, wenn wir die beiden Pole miteinander verbinden? Wenn wir die beiden Pole leitfähig verbinden, können die positiven Ladungen zum Minuspol wandern. Wir nehmen dabei an, dass die negativen Ladungen in der negativen Schachtel fest verankert sind und sich nicht bewegen können. Sonst würden sie auch entlang der Verbindung zum Pluspol wandern. Das wäre zwar okay, würde aber unser Gedankenexperiment unnötig kompliziert machen. Deshalb betrachten wir nur die Bewegung positiver Ladungen. Der elektrische Strom I ist die Ladungsmenge pro Sekunde, die durch diese Verbindung wandert. Das hast du hoffentlich schon im Video über den elektrischen Strom gelernt. Warum entsteht überhaupt dieser Strom? Nein, die positiven Ladungen werden ja schließlich zum Minuspol angezogen. Es ist klar, dass die Ladungen nur dann durch diese Verbindung wandern, wenn es überhaupt eine Ladungstrennung gibt. Ohne Ladungstrennung gibt es hier weder eine Spannung noch einen Strom. Wir können diesen Strom ausnutzen, um beispielsweise ein Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Die Ladungen gehen, wandern und wandern. Doch mit der Zeit nimmt die Anzahl an positiven Ladungen in der Schachtel ab. Die Ladungstrennung sinkt, der Strom sinkt, das Lämpchen leuchtet immer schwächer und schwächer. Da immer weniger Ladungen getrennt sind, nimmt die Spannung natürlich auch ab. Und zwar so lange, bis es keine Ladungen in der positiven Schachtel mehr gibt. Dann ist die Spannung Null. Der Strom hört auf zu fließen, das Lämpchen hört auf zu leuchten. Die Ladungen sind nicht mehr getrennt voneinander, sondern befinden sich alle in einer Schachtel. Dort haben sich die entgegensetzten Ladungen gegenseitig neutralisiert. Das heißt, die Gesamtladung Q ist in dieser Schachtel jetzt Null. Was ist aber, wenn wir wollen, dass das Lämpchen unaufhörlich leuchtet? Wie können wir das erreichen? Dazu müssen wir die Anzahl getrennter Ladungen aufrechterhalten, damit der Strom und die Spannung nicht kleiner werden. Ständig müssen wir Ladungen in die beiden Schachteln nachliefern. Nur so geht das Lämpchen nicht aus und bleibt die ganze Zeit gleich hell. Wenn wir Ladungen, auf welche Weise auch immer, in die Schachtel nachliefern, dann haben wir dadurch eine sogenannte Spannungsquelle geschaffen, mit der wir dann einen nicht abfallenden Strom erzeugen können, der wiederum das Lämpchen unaufhörlich leuchten lässt. So eine Spannungsquelle gibt es sogar in deinem Zimmer. Eine Steckdose. Die beiden Löcher der Steckdose bilden vereinfacht gesagt die beiden Pole und wenn du sie mit einem Stecker verbindest, dann hast du ununterbrochen 230 Volt zur Verfügung. Diese kannst du dann genauso nutzen, um eine Lampe zu betreiben oder eben dein Handy aufzuladen. Für diese konstante 230 Volt sorgt irgendwo ein Kraftwerk. Lass uns noch kurz eine Frage klären, die oft gestellt wird. Ist elektrische Spannung eigentlich gefährlich? Spannung an sich ist nicht gefährlich, egal ob 10 Volt oder 10.000 Volt. Solange die Ladungen getrennt sind, passiert nichts besonderes. Die positiven Ladungen ruhen in der einen Schachtel vor sich hin und die negativen Ladungen in der anderen Schachtel. Es wird einfach nichts passieren, obwohl die Spannung zwischen den Polen 10.000 Volt beträgt. Erst wenn wir die beiden Pole leitfähig verbinden, fließt ein elektrischer Strom und der kann wiederum gefährlich werden. Der Strom wird umso gefährlicher, je größer die Spannung U ist und je besser die Verbindung die Ladungen durchlässt. Insbesondere wird der Strom gefährlich, wenn die Verbindung der eigene Körper ist. 3.